sind mhm was ich komme gegen die Bombardaktik nicht an ich gebe selbst zu dass sie scheiße ist nur, guck mal, besser die als garantiert auf Artillerie zu gehen das wäre nämlich dann das gewesen das andere Doktrin, wenn ich das zweimal spielen muss oh nö ich finde es irgendwie lustig, dass ich dich gerade mit dem Motorrad getrollt habe was wollen sie denn? was wollen sie? gehen wir mit dem Bau gib ich den Schatz die Panzerabwehr bereit für den Vorstoß voll übertrieben, mit dem Flammen wäre vor uns, denn der Panzer schreckt drauf ja klar Alter! Alter! K98 haben die Dinger ja trotzdem. Ja, trotzdem. Panzerabwehrtrupps dürfen nicht gut ziehen können. Dürfen nicht! Das ist laut Genferkonvention vorgeschrieben, dass die verlieren müssen. Oh verdammt, wir haben gewonnen, wenn die Genferkonvention verstoßen. Wie können wir nur? Ja, ein MG darf nicht eine Feuerrate von 1500 Schuss haben. Das ist gegen die Genferkonvention. Mir egal. Mir wär's echt egal. Ja, ach nee. Sobald ein Krieger anfängt, bauen die eh die NATO-Bremse aus. Neukompieren! Geben Sie Ihre Befehle durch! Einheit ausgefallen. So, noch kein Hinweis. Wenn du's jetzt abbaust, hältst es noch weniger aus. Dann geht es nämlich als Fahrzeug und nicht mehr als Gebäude. Nein! Wir sind bereit, Kommandant. Wir kümmern uns darum. Alter, ich hab grad so eine Massenproduktion eingestellt. Ich hab einfach alles sofort ausgegeben für irgendwelche Einheiten. Dann haben die sofort zur Einheit. Das ist auf Front geschickt. Das hat funktioniert. Wollen wir schießen? Oder einfach versuchen... Die Gruppe erwartet Ihre Befehle auf Zielposition vor. Deutsche Wehrterwald. Geben Sie Ihre Befehle durch. Trupp setzt sich in Bewegung. Vorwärts, Männer. Panzer, Hanser, reißen den Vorschlag. Lassen Sie den Schäler auf Vollgas. Feuer erwidern! Geben Sie Ihre Befehle an und drücken Sie, was ihr könnt. Die Panzerschlecht, die da in der Hand hat, die steht bei mir im Zimmer. Jawohl. Voll cool, ne? Ich bin voll stolz auf mich. Wollen wir etwas bei uns? Schnappt euch die Waffe und die Munition! Peter! Pioniere an die Flak! Das kann doch nicht so sein. Jetzt werde ich machen, wenn sie dann ganz zu weit. Ne, ich fangen soll. Ich kann eine... Ich kann die Pack in der Stellung fahren. Oh! Wie nötig! Danke für's mit dem Kamera! Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Die Zielposition ist völlig frei! Na, wo ist sie hin? Ich sehe die Stellung nicht mehr. Jawohl, wird gemacht! Oh, ne! Der stand da schon die ganze Zeit, den kannst du euch jetzt nicht abknallen. Und der will seinen Turm nicht. Ne, jetzt wird passt. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Was meinst du, wer die ganze Zeit den Jagdpanzer und sowas gekillt hat? Oh, ich hab dich schon gewinnt. Das war bestimmt nicht Gott! Hä? Gott sieht alles! Nein, Allah sieht alles! Stimmt. Und Göbel. Kann das sein, dass deine Pack jetzt irgendwie dir zu verhindern ist würden? Ne. Auch nicht. Boah, klasse! Was? Was? Ein ganzer Sepertrupp! Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Schnee halber. Gut, okay, ich halte ihn noch einmal aus. Die Pack reicht nicht. Wir haben bis zuletzt für ihr Vaterland gekämpft. Ich schleppe trotzdem über die Fall rum. Aber deine PA-Truppe sind komischerweise besser als meine Typen. Weiß. Deine. Typen. Was? Nein, bloß die Schnauze. Puch! Die Gruppe erwartet ihre Befehle! Gruppe rücken ab! Grupp-Selterstand-Bewegung! Vorwärts jetzt auf Drei-Stoff-Lager vor! Beginnen mit Eroberung! Panzerabwehr ist einsatzbereit! Mal ganz ehrlich! Ich hätte gerade echt nicht gedacht, dass ich das noch wenden kann. Das war echt voll Glück! Die sie beenden kann! Ich hab es gewendet! Merkst du gerade, oder? Hä? Wenden! Was bleibt? Das Spiel! Welch Spiel? Ja, du hast deine ganzen Posten zurückgezogen. Hooray! Verstanden! Geben Sie! Ich bringe die Wernerlandweg! Panzerabwehr bereit für den Vorstoß! Ich hab mir in der Zeit wieder fleißig gespart. Panzerabwehr bereit für den Vorstoß! Geben Sie! Was wird das, wenn es fertig ist? Der Endsieg! Hä? Egal, weiter! Oh! Jetzt hat das irgendein Grund noch geklappt! Jawohl! Der Superdack! Ziehe mich mit dir! Hey! Du bist so'n Sack! Ich find das echt lustig! Verteidigungsbatterie! Er riecht nach sich! Er riecht nach sich! Er riecht nach Frieden! Er riecht nach Frieden! Oh! Verteidigungsartillerie! Da wirst du jetzt! Ich hab' ja an! Kümmerweise kündigt sich das an durch irgendwelche Failschüsse! Was die dann irgendwie die Haut gerettet hat! Ja! Deswegen sind auch viel weiner Leute davon selten! Ja, sonst wäre er ganz weg gewesen, ich würde es gar nicht weg hätten! Der ganze Ernst, das kann ich jetzt aber selbst nicht glauben, dass ich noch, dass ich dich, ich hab dich voll schon einmal abgewehrt und dachte mir so, wenn er mich jetzt nochmal zurück schlägt, ist es eh vorbei. Oh, warte, hat das so hoch? Ja? Sag mal, hey, das ist positiv, wir haben den Zuschauern ein sehr, sehr spannendes Spiel gegönnt. Wir sind sehr stolz der deutschen Puzzerverbände. Jawohl! Wieso haben? Es ist noch nicht vorbei. Ja, ich weiß, ich kann jetzt genauso gut zurückgedrängt werden, ich sag's nur. Es kann schon mal nicht mehr unspannend werden, das ganze Spiel. Verdammt, an ihm geht's hier. Das ist nicht so. Guck dir das MG an! Ich überhaupt nicht. Guck dir das MG an! Es hat sich zur falschen Seite ausgedrückt. Ja, und der Kling wird jetzt sterben. Das erste ist schonmal tot, das zweite nicht. Ach komm! Was ist das? Oh! Oh, faceartig! Ich hab's die ganze Zeit bei dir nicht gemacht! Nein, nur nicht, mit dem Apfelgrad ein Gebäude nach einer weggeschnippt. Außerdem steht vor deiner Base, dann soll das wohl gerechtfertigt sein. Du hast ja zufrieden, die letzte Woche auch mit der V1 auf meine Base gehauen. Das war was anderes. Nein, das war nichts anderes. Eine V1 sogar nicht. Ohne Gnade jetzt. Du hattest du schon! Alter, du hattest mich gerade zweimal fast überrannt. Du stellst genau da vor. Und das ist nicht auf die weggekriegt. Das muss sein. Das ist nicht auf die weggekriegt. Spawnwave. Ja, das war einfach los! Vielleicht... Das war jetzt echt Fail. Hä, hab ich die gerade mit dem Lastenwickler umgehauen? Ja, und dann hat meine... meine... äh... Grille auf den Boden geschossen. Ja, das hab ich auch gesehen. Das meinte ich eigentlich erst mit Fail. Los, für die niederen Beweggründe! Wir sind Briten, wir haben keine Bewegungsrunde, also... Wie das aussieht, wie du hinterher splintest! Ja, die Pantasturm! Ja! Melde Geländeverluste! Die Gruppe erwartet Ihre Befehle! Nein, melde ich gar nicht! In Richtung des Zieldrehen und Feuer! Wir haben uns angegriffen! Der Fede ausgeführt! Pantarabwehr ist Einsatzbereit! Neues Viererabwehrschon am Ende! Ey, das kotzt mich so an, dass die Pantarabwehr-Truppen im Nachkampf gegen Stents und Flammenwerfer gewinnen. Mit Stents und Flammenwerfer verlieren! Stimmt! Wir sind bereit! Hey! Da warst du eigentlich schon wieder ein Dünnflot! Tschüss! Dünnflot? Ne, zu nicht akustisch! Da hab ich noch verloren! Ey, aber ganz im Ernst! Bist du rausgegangen? Hä, ich hab' verloren! Oh! Boah! Also, dann sag ich jetzt mal als Schlusswort, das war echt ein spannendes Spiel! Ich bin zweimal echt echt... Guck mal die Töte-Jungen Töte-Töte an! Die Töte-Trolle! 308 und ich! Zwei Einheiten standen jetzt nicht deinem Sieg im Wege, oder? He, doch! Anscheinend wo! Ich glaub' du hattest am Ende von diesem Panzerschreck-Trupp, der mich zurückgehalten hat, glaub' ich, zwei oder drei Stück nur noch! Alter! Kann gewesen sein! Ja, sehen wir dann ja in der Aufnahme! Ja, auf jeden Fall nicht viele! Auf jeden Fall sehr geiles Spiel, muss ich echt sagen! 1 Stunde 40 und 59 Sekunden! Selbst wenn ich verloren hätte, mir hätt's gefallen! Auf jeden Fall wären es schon mal mindestens vier Parts! Naja, bis denne! Tschü! WSF 9